Okay. Eine weitere Schraube zu gehen! Und du musst es so geplant haben, dass man so die Tür öffnet. Und wer macht sich denn so eine Arbeit? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das ist ja Holz von innen. Jetzt, wie soll ich das Gesicht öffnen? Moment. Wird nicht auch von unten drauf schießen können. So. Da kann man einfach rüber, oder? Jawohl. Aber das bringt es natürlich noch nicht, weil es zu ist. Aber da ist ein Spiegel. Wir müssen nur diesen anderen Reflektor adjustieren. Auf meinem Weg. Ach sie ist zu nütz nicht. Ja. Gut, das ist es. Ich habe es geschafft. Das blaue Leuchten da dran vom Kristall. Das verwirrt mich so ein bisschen. Immer wenn ich das Licht drauf scheinen lasse. Juhu. Wir dürfen wieder zu unserer Herzensdame. Zu unserem Schatz. Zu unserer Freundin. Zu Chloe. Chloe Frazier. Ich freue mich immer, wenn wir wieder bei hier sind. Ich mache das Spiel gleich fünfmal so viel Spaß. Ich glaube, das funktioniert. Das secret of Shambala is down this guy's throat. I guess so. Da kommt er ja gar nicht rein, normalerweise. Nee, gar nicht. Wir müssen ja hier rein. Ah ja. Andere Seite. Ja. Äh. Da. Genau. Wie gut, dass er die Lampe immer mit Gedankenkontrolle einschalten kann. Gar nicht. Ja. Dann wollen wir mal. Das ist unglaublich. Ich weiß, wo das ist. Das ist hier. Siehst du die Form des Peak da? Ja. Hier ist es. Das bedeutet ... Ich benutze deinen Bein. Das bedeutet ... Die Entrance zu Shambhala muss hier sein. Also, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, crap. Ja. Das bittet die Mood. Es ist nur ein Weg aus hier. Bereit? Los geht's. Natürlich. Okay. Find sie! Find sie! Find sie! Ja, 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 ja. So. Wie? Ich hab dir einen Kopfschuss gegeben. Du hast zu sterben. Das ist nicht gut. Oh, shit. Wir müssen einen guten Rutschiff in der Lage. Wir müssen zurück zum Ende. Ich bin ein bisschen mehr über uns. Ja, ich auch. Die sind schon in Ordnung. Den geht's gut. Das wird schon. Ich finde, der Lina ist mir scheißegal. Wir können zusammen glücklich sein. Wir haben Chloe. Also, wirklich. Das ist ein bisschen zu besorgen. Ja, cool, ne? Das ist zu besorgen. Ja, cool, ne? eh. Daher! Drayton-Präzisionsgewehr? Was zur Egnabe? Okay, ich geh doch mal eben das Präzisionsgewehr holen. Jetzt weiß ich auch, was ich damit soll. Guckst du denn so? So, die haben dann einen Weg gefunden. Moment mal. Da sind wir doch auch raus. Ach du Scheiße. So, die Granate fliegt und ihr seid tot. Jetzt ist unsere Chance. Lass uns raus! Wir müssen hurry! Nein, müssen wir nicht. Denen geht's gut. Wenn nicht, dann sind sie unterdessen schon tot. So oder so, wir können nichts machen. War doch mal realistisch. Ich meine, wenn die an Elena und Jeff vorbeikommen sind, geht's ihnen entweder gut. Ach du Scheiße. Geht's ihnen entweder gut oder eben nicht. So, die müssten jetzt denken, wir wären tot eventuell. Vielleicht. Nö, dann eben nicht. Warte. Guck mal, kann ich auch raten werfen. Guck mal, kann ich auch raten werfen. Guck mal, kann ich auch raten werfen. Und nicht so gut wie ihr. Guck mal, kann ich auch raten werfen. Idioten. Na, toll. Moment. Nein. Zwei Schuss, das freut sich nicht. War schon wieder in der Bau. Er scheint wichtig zu sein. Ja. Jod. Warte mal. Da die alle von der Seite kommen. Aha. Ich kann das auch. Hohohoho. So. Ja, natürlich. Was war das denn? So, entweder die wurden gefangen genommen. Oder sie haben sich versteckt. Oder sie sind tot. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Schrotpistole, was? Okay. Halt, Moment. Wenn das klar ist, geht's noch mal. Halt, Moment. Oh, Scheiße. Wieso? Wo sind sie? Ich wusste das würde passieren. Oh, Scheiße. Hier sind sie! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße. Jeff und Alaine sind befine ich. Moment, der zielt auf mich. Der zielt auf mich. Auch in Ordnung. Ach, ich mag ja Regen. Ja, das ist ein explosiver Fässer. Was haben wir hier irgendwie? Munition oder sowas in der Art? Wie sollen die? Darf ich mal kurz fragen, warum die Sprutgewehre haben? Oh ne, die Pistole sind. Ja, die Familie, Andy. So, geht's euch gut? Geht's euch schlecht? Oh nein, der wurde eingeschossen. Ich bin okay, lass mich mal sagen. Oh. Wir müssen sie nur leider zurücklassen. Hopp. Jep, denke ich allerdings auch. Ja, gut, wir müssen... Ja, es ist schon... Komm schon, wir müssen ihn in. Ich werde dich schießen lassen. Da ist es! Das ist nicht so Deckung. Ja, das war's nicht. 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 Lieber Entwickler, wisst ihr, was nicht funktioniert? Ihr könnt nicht sagen, dieser Typ wurde angeschossen und mich dann zehnmal anschießen lassen und nichts passiert. Ja, das war's nicht. Komm schon, wir müssen ihn in. Ich werde dich schießen lassen. Ich werde dich schießen lassen. Okay, wir müssen raus, los geht's! Elena, verabschiede die Tür, los geht's! Ja, aber egal. Komm schon! Nate, wir können das nicht machen. Geh' einfach! Also, für Elena, wir gehen einfach mal weiter. Oh, ihr seid ja witzig, ey. Oh, schau! Bist du meine Freundin, oder? Oh! 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 Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber man sollte einfach auch ein bisschen realistisch sein. Komm schon, Nate! Ich stimme Chloe voll und ganz zu. Komm schon, Jeff, du kannst es machen. Du bist okay, Jeff, du bist okay. Du bist gut, ich bin mit mir. Oh, verdammt! Geh' weg! Oh! 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 Okay, okay! Okay, vielleicht doch nicht. Okay! Ah, die ist zäher, als sie aussieht, aber dazu sind wir ja schon. Oh, weh, 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 weh. Ich geh ja schon so schnell, wie ich kann, und nehme Jeff als Schutzschild. Komm schon. Zeig dich doch hier nicht durch die Heimstattel, damit du jetzt verweckst. Wir sind mir da so bei der Güte wirklich liegen lassen, bevor ich bisher uns eigentlich nur gewissen will. Ja, natürlich. Sieh eigentlich. Du siehst, ist auch so wichtig. Komm. Du denkst, du denkst, du kennst dich schon länger, oder? Haha. Ja. Oh, shit! Das ist alles gut, wir können das machen. Wir können das. Oh, nein, wir können das. Wir haben keine Wahl. Wir können das. Nate? Okay. Okay, du hast du, aber es ist vorbei. Er kann nicht weitergehen. Wir können nicht einfach hier gehen. Er ist so gut wie tot, und so sind wir, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann gehen wir. Ja, niemand will dich. Chloe. Ich versuche zu retten, du dumm. Chloe? Was ist das? Up the stairs! Sorry. Drop the guns. Seriously. Get her out of here. She's hurt. Take her to the train. Unbelievable. You just can't help yourself, can you? I guess that makes us even. Not quite. Hm. So, this little man is Drake. Hm. Did you carry him all the way from the temple? Shame. No! Now, tell me what you found in the temple. The answer that you're looking for. Okay? I know where the stone is. But you're not gonna find it without me. So just... Just let her go, and I will lead you right to it. Ah, my shadow. You are the reporter who has been biting at my heels. You better pray that he is not bluffing. Search him. Come on. That is brilliant, mate. Here. It appears you have nothing to bargain with, Mr. Drake. Return to the staging ground. Prepare to move out. You, come with me. You. Take care of them. No problem. How can you work for that monster? Beat's working against him, love. So that's it, huh? Just gonna mow us down in cold blood? Looks that way, doesn't it? Get up. I said get up! Run! Stop that! Yes. Go, go! Son of a bitch! I'm sorry. Get up. 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 Come on. I'll do it. Get up. Go over here! Get up. Worum opens? Do you wantPCToкауска needs? Get up. Goons in all sorts. As if you have to escape from its place. In the moons. So land? Vielen Dank.